Das Kurhotel Tchaikovsky befindet sich am Rande des Karls-Bader-Kurviertels in der malerischen Sadova-Straße. Die nächstgelegene Quelle in der Gartenkolonnade ist nur 300 Meter entfernt. Die anderen öfters gefragten Kolonnaden sind etwas weiter entfernt. 500 Meter geht man bis zur Mühlbrunnkolonnade und 800 Meter bis zur Sprudelquelle. Buchstäblich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Kurhotels erhebt sich eine der großen Sehenswürdigkeiten von Karlsbad, die orthodoxe Peter- und Paulskirche. Im Gästetrag des Tchaikovsky befinden sich 35 Zimmer, darunter Einzel- und Doppelzimmer sowie Apartments in zwei Komfortkategorien. Alle sind mit TV, Safe, Minibad, Telefon und einem eigenen Bad mit Dusche ausgestattet. Die Apartments verfügen über ein Badezimmer mit Badewanne und Bidet. Einige Zimmer haben auch einen Balkon. Das Frühstück und das Mittagessen im Restaurant des Sanatoriums werden in Buffetform angeboten. Beim Abendessen können die Gäste zwischen drei Hauptgerichten aus der Speisekarte wählen. Diätgerichte gibt es hier jeden Tag, da die richtige Ernährung eine Schlüsselrolle bei der Behandlung des Magen-Darm-Trakts und bei krankhaften Stoffwechselprozessen spielt. Die Gäste des Kurhotels Tchaikovsky nehmen alle therapeutischen Prozeduren in der eigenen Behandlungsabteilung wahr, die sich über zwei Etagen erstreckt. Für die meisten baläologischen Behandlungen wird die Abteilung mit Thermalwasser aus der Sprudelquelle versorgt. Die Behandlungsabteilung zeichnet sich durch eine große Anzahl von medizinischem Personal aus. Die Gäste aus den 25 Zimmern des Hotels werden während der Behandlungen von mehr als 20 Krankenschwestern begleitet. In ihrer Freizeit können die Gäste des Sanatoriums täglich kostenlos das Schwimmbad und den Whirlpool besuchen und gegen einen geringen Aufpreis die finnische Sauna und eine Dampfsauna nutzen. Auf dem Gelände des Sanatoriums gibt es einen kleinen gebührenpflichtigen Parkplatz und es wird ein Wäsche- und Bügelservice angeboten. Buchen Sie Ihre Unterkunft und Behandlung im Sanatorium Tchaikovsky zu den günstigsten Preisen auf der Webseite sanatoriums.com.